Ich habe mir vor kurzem mal angesehen, was auf YouTube Deutschland im Coding-Bereich so geht und bin natürlich bei Jonas und Manuel mal wieder gelandet, aber heute geht es gar nicht um den YouTube-Channel, sondern vielmehr um ihre Webseite und hier um diese Sektion. Wir haben hier einen Pfad, der quasi eure Lernen-Journey beschreibt. Wenn ihr scrollt, füllt sich dieser Pfad langsam und am Ende seid ihr am Ziel. Ich gehe also erstmal in unseren Inspektor und hier gucke ich mir an, wie das Ganze funktioniert. Ich habe hier diese vier einzelnen Abschnitte, habe hier die linke Seite und die rechte Seite. Prinzipiell, ja, gar nicht so kompliziert. Ich sehe hier ein SVG, eine Straight Line mit zwei SVG-Path-Elementen und hier natürlich dem Offset. Das kennen wir, das ist nichts Neues, dachte ich mir. Das haben wir alles auf diesem Channel schon gemacht, nichts Spannendes. Aber wie genau funktioniert denn dieser Kurve-Effekt hier? Hierzu gehen wir in die nächste Sektion und öffnen hier einmal die Map. Hier haben wir jetzt eine Straight Line und eine Curved Line. Ihr seht, diese Curved Line ist ein SVG-Element, was wiederum aus zwei Path-Elementen besteht. Allerdings muss man sagen, es sind zwei statische SVGs. Also sie verändern sich nicht, wenn ihr die Seite skaliert oder mehr oder weniger Inhalte hinzukommen. Es sind viele verschiedene SVG-Elemente, die eine gemeinsame Linie ergeben. Und wir haben ja auch noch diese kleinen Punkte hier. Und wenn ich mir das angucke, ist es einfach nur ein Bild. Aber das bringt mich zum heutigen Video. Wie können wir hier so richtig übertreiben? Natürlich starten wir hier nicht bei 0, sondern ich habe schon etwas vorgebaut. Grundsätzlich basiert das alles auf meiner Standard-Entwicklungsumgebung. Diese findet ihr unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aber was habe ich dann vorbereitet? Ich habe hier ein Main-Element, der wiederum das Parent-Element ist, von einer Reihe von Containern. Jeder Container wiederum hat eine Klasse Presentation, wo sich ein Bild drin befindet. Und natürlich eine Div-Box mit der Klasse Content. In Content befindet sich wiederum eine H3-Überschrift mit einem Paragrafen und irgendein Content. Generell das einzig Entscheidende ist, dass ich einigen Elementen in meinem Skript die Klasse SVG-Target gegeben habe. Aber was ist denn SVG-Target? Generell ist das, was wir heute bauen werden, nämlich so aufgebaut. Wir haben unsere Presentation mit einem Bild und irgendeine Art von Content. Unser Target-Element ist immer das Element, was generisch von unserem Skript erkannt werden soll, als Punkt, wo wir so einen kleinen Dot generieren möchten und wo unser SVG-Pass später vorbei oder dran hinlaufen soll. Prinzipiell sehen wir also, dass in meinem Fall alle H4-Überschriften in meinem Skript so einen Punkt besitzen und ich hier durchscrollen kann. Also unser Skript beschreibt lediglich etwas Content und die Elemente, die wir später als Target definiert haben. Ich habe also hier H4-Targets, ich habe hier unten noch mehr H4-Targets, ich habe mal Presentation zuerst, mal Content zuerst, aber auch Div-Boxen, wo zum Beispiel gar kein Presentation ist und wo mein Element genau zentriert in der Mitte des Screens zu sehen ist. Also unser Pfad funktioniert generell überall. Aber wie genau funktioniert das denn? Ich habe hier nirgendwo ein Pfad definiert. Wir haben hier unseren Inhalt und in unserem Fall ein Bild und Text. Grundsätzlich können wir scrollen, wir wissen also nicht, wie viele Inhalte sich auf unserer Seite befinden oder wo diese sind. In unserem Fall sind unsere Targets nämlich gerade auf der anderen Seite. Generell bedeutet das aber für uns, dass unsere Targets, also die einzelnen Elemente, die wir selektieren wollen, in unserem Fall diese Überschriften, von uns nicht wirklich bekannt sind. Und das bedeutet auch, dass wir nicht einfach ein SVG benutzen können, um diese zu verbinden, weil das würde bedeuten, dass wir das irgendwo in unseren Content integrieren müssen. In unserem Fall aber nehmen wir unser SVG, generieren es einfach irgendwo in unseren DOM, zum Beispiel genau über unseren Inhalt drüber und skalieren es auf den Maximum unserer Seite. Also unsere gesamte Seite, unser gesamtes Document wird später in SVG. Das andere, was wir dann machen werden, ist unseren gesamten Inhalt zu nehmen und diesen Inhalt über unser SVG zu heben, so dass wir unsere einzelnen Target-Elemente und den gesamten restlichen Content quasi so behandeln, als wenn er auf einem Canvas ist. Und auf diesem Canvas wollen wir dann unsere einzelnen Elemente zeichnen. So, nachdem wir jetzt unseren Plan haben, sollten wir mal überlegen, wie wir so ein SVG-Element generieren können. Hierfür erzeuge ich mir als erstes eine Variable. Diese Variable definiere ich durch eine Funktion, nämlich createSVGBackground. Diese Funktion müssen wir jetzt erstmal erzeugen und hier rufen wir direkt eine weitere Funktion auf, nämlich createSetup. Aber was meine ich hiermit? Wir brauchen eine Funktion createSetup, um unsere restlichen Content-Elemente, die wir ja perspektivisch nicht kennen, vorzubereiten. Und das bedeutet, wir müssen hier erstmal erkennen, was für Content-Elemente wir haben. Dazu sage ich children und erstelle mir ein Array, basierend auf unserem Document body.children. Also ich ziehe mir jetzt alle children, die unser Body besitzt, weil ich ja nicht weiß, sind das 2, 3, 4 oder 100 Elemente. Außerdem möchte ich gerne filtern, wenn es einmal kein Skript ist und natürlich, wenn es kein Style-Element ist. Nachdem wir das jetzt wissen, wollen wir jetzt unsere Children natürlich nur benutzen, wenn es wirklich Children gibt. Und das bedeutet, wir gehen jetzt durch jedes unserer Children-Elemente durch und fügen etwas hinzu, nämlich Style, Position Relative und Z-Index 2. Das bedeutet, wir heben alles innerhalb unseres Skriptes einfach eine Ebene höher, sodass unser SVG-Backdrop immer dahinter zu sehen ist. Jetzt können wir weitermachen. In unserer Create-Background-Funktion können wir jetzt einfach unseren Body setzen und hier sagen wir unserem Body, dass er Position Relative benutzt. Außerdem wollen wir ein SVG-Element erzeugen. Hierzu benutzen wir Document Create Element NS und definieren hier noch unsere Abhängigkeiten bzw. den SVG-Raum, den wir benutzen wollen. Dazu müssen wir jetzt mit unserem SVG-Element weitermachen und auch hier setzen wir zwei Attribute, nämlich einmal Width und Height 100%, damit unser SVG-Backdrop wirklich 100% der Seite einnimmt. Wenn wir das gemacht haben, können wir jetzt mit Object Designed auch ebenfalls hier unserem SVG-Element.style ein neues Objekt mit einer Reihe von CSS-Attributen zuweisen, nämlich einmal Top, Left, Bottom, Right 0, damit auch hier wirklich 100% eingenommen wird. Wir wollen, dass unser SVG-Element auf gar keinen Fall in irgendeiner Weise mit dem Nutzer interagieren kann, also Pointer Event und User Select auf None setzen und natürlich Position Absolute und Set Index auf 1, damit es hinter unserem eigentlichen Content liegt und absolut positioniert ist, sodass es immer eine komplett gefüllte Webseite ist. Also egal, wie groß unsere Webseite wird, unser SVG-Element ist genauso groß. Abschließend sagen wir jetzt Document.body Append Child und fügen hier unser SVG-Element ein und returnen unser SVG-Element. So wird unser SVG hier oben jetzt zu einem wirklichen HTML-Element und wenn ich das Ganze jetzt abspeichere, sehen wir auf unserer Webseite erstmal nichts, bis auf unseren eigentlichen Content. Wenn ich aber hier den Inspektor öffne, sehen wir jetzt, dass unser Child-Element, nämlich hier unser Main-Element Position Relative und Set Index 2 besitzt, unser Skript-Element erfolgreich rausgefiltert wurde und wir hier ein SVG-Element haben, was 100% der Seite einnimmt und auch hier User Select None und Set Index 1 Position Absolute besitzt. Also wir haben alles erfolgreich erfüllt und können jetzt weitermachen mit der Generierung unserer eigentlichen SVG-Elemente. So um SVGs zu generieren, beziehungsweise Elemente auf SVGs, brauchen wir wieder unsere Targets, also unsere drei Elemente. Das nächste, was wir machen ist, wir gucken uns mal an, wo wir genau so einen Punkt generieren. Und zwar genau in der oberen linken Ecke unseres jeweiligen Elementes. Dort generieren wir unseren kleinen Punkt und diesen setzen wir dann einfach mit Padding Offset ein Stück weiter rüber und natürlich positionieren wir das genau in der Mitte unseres Elementes, so dass wir, egal wie groß unser Element ist, immer genau dort, wo das Element seinen Mittelpunkt hat, einen neuen Punkt generieren. Dadurch, dass wir jetzt unsere drei Punkte kennen, ist es keine Schwierigkeit, durch diese drei Punkte eine Linie zu ziehen. Am Ende gucken wir uns dann auch an, wie wir die Punkte nicht nur untereinander, sondern auch horizontal zueinander mit so einer Kurve verbinden, aber das kommt ein bisschen später. So, nachdem wir jetzt einen Plan haben, legen wir mal los. Das erste, was ich mache, ich generiere mir eine neue Variable, nämlich SVG-Targets. Dabei spreche ich die Klasse an und selektiere alle Elemente auf meiner Webseite mit der Klasse SVG-Target. Im Prinzip haben wir das hier mit allen unseren H4-Überschriften gemacht, aber das können bei euch auch einzelne Elemente, Paragrafen, andere Überschriften, Bilder, Icons oder was auch immer sein. Ihr müsst hier eine Klasse definieren, die ihr selektieren könnt. Das nächste, was wir brauchen, ist ein Event-Listennamen, nämlich in unserem Fall Resize. Und hier clear ich als erstes mein SVG-Element, jedes Mal, wenn die Webseite sich in irgendeiner Form in der Größe verändert, also der Nutzer sie größer oder kleiner zieht. Und schließend definiere ich uns eine neue Funktion, nämlich createSVG-ParsDots, weil wir wollen ja bei jedem unserer Target-Elemente so einen kleinen Punkt generieren. Das machen wir mithilfe einer Vorschleife und sagen hier Punkt for each Target. In dem Moment haben wir unser Target selected und können jetzt unsere einzelnen wichtigen Attribute von unserem Target abfragen mit getBoundingClientRectangle. Das bedeutet, wir ziehen uns hier die XY und die Höhe, also die XY-Position und die Höhe unserer einzelnen Target-Elemente. In dem Moment, wenn wir das getan haben, können wir weitermachen. Und zwar als erstes definieren wir uns hier ein neues SVG-Element, nämlich ein Circle mit createElementNS. Auch hier müssen wir wieder definieren, was für ein SVG-Element wir definieren wollen und in diesem Fall kein SVG, sondern ein wirkliches Circle-Element. Natürlich brauchen wir jetzt für unseren Circle erstmal eine X- und Y-Position. Das definieren wir uns und von unserer X-Position, also der horizontalen Position, ziehen wir jetzt einfach 30 ab. Wir wollen, dass unser Punkt ja nicht direkt auf unserem Element steht, sondern etwas daneben. Prinzipiell können wir jetzt weitermachen und unserer Y-Position, also der Höhe unseres Elementes, da addieren wir die Scroll-Position drauf, weil auch hier ist es ganz wichtig, dass unser Element mithilfe der Scroll-Position gegebenenfalls weiter mit- oder runterscrollen muss, wenn der Nutzer mitten auf der Seite die Seite neu lädt. Dann wollen wir außerdem die Höhe unseres Elementes nehmen, also unseres Targets, und hier durch zwei teilen, sodass unser Punkt genau in der Mitte davon ist. Anschließend können wir das Ganze noch nehmen und unserem Element hinzufügen, also Circle.setAttribute. Cx ist die X-Position unserer Circles und Cy ist die Y-Position unserer Circles. Ein Kreis beschreibt sich aber nicht nur aus einer X- und Y-Position, sondern auch aus einem Radius und in unserem Fall ist unser Kreis von der Größe 5. Diese Zahl könnt ihr modifizieren, falls ihr zum Beispiel größere oder kleinere Kreise haben wollt. Wichtig ist allerdings, wir wollen unserem Kreis noch eine Border geben. Deswegen sagen wir als erstes, der Kreis an sich ist weiß, also wird weiß gefüllt, bekommt aber in unserem Fall eine Stroke, die dieselbe Hintergrundfarbe hat wie unser Background, sodass das aussieht, dass unser Kreis die Linie, die wir später zeichnen, so etwas durchschneidet. So können wir das Ganze deutlich generischer halten. Hier sagen wir jetzt Stroke with 4, also einfach die Breite unserer Stroke, und am Ende fügen wir unserem SVG-Element, was wir ja gerade eben generiert haben, unser neues Circle-Element hinzu. Wenn ich das Ganze jetzt abspeichere und wir unsere Seite öffnen, seht ihr hier schon, wir haben unsere kleinen Circles generiert. Und diese befinden sich immer ganz genau da, wo unsere einzelnen Überschriften gerade sind. Und egal welchem Element ich jetzt ein SVG-Target-Class in CSS oder in HTML in diesem Fall zuweise, würde jetzt in unserem Fall so einen kleinen Circle bekommen. Und wenn ich hier reingehe und mir so ein Circle-Element in meinem Inspektor ansehe, sehen wir, dass wir hier unten innerhalb unseres Containers sind, weil das ist unser Main-Element, unser eigentlicher Circle, aber wahrscheinlich, wenn wir alles richtig gemacht haben, was in diesem Fall zutrifft, in unserem SVG ein Circle-Element generiert hat. Und wenn ich jetzt nach unten scrolle, müsste ich hier irgendwann mein Circle-Element finden, was genau dieses ist. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel die Größe verändere und ich sage jetzt, hier möchte ich gerne ein Circle von 50 haben, dann haben wir jetzt einen deutlich größeren Punkt, der im Hintergrund unseres eigentlichen Kontextes ist. Dann schauen wir uns jetzt doch mal an, wie wir unseren eigentlichen Path generieren. Das Ganze ist nämlich gar nicht so schwer, wie man denkt. Generell erzeuge ich mir hierfür eine neue Funktion. Diese Funktion heißt createSVGPath. Das Ganze müssen wir natürlich auch innerhalb unseres Resize-Event-Listeners generieren, damit auch hier unser Path neu generiert wird, wenn sich der Browser verändern sollte. Innerhalb unserer createPath-Funktion erzeuge ich mir jetzt eine neue Variable, letD, das ist einfach ein leerer String. Hier erzeugen wir später unseren eigentlichen Path, aber dafür sollten wir den erstmal an unseren Canvas dranheften, dass ihr direkt seht, was ich hier eigentlich mache. Prinzipiell erzeuge ich mir hierfür eine neue Funktion, createPath, und in dem Moment, wenn ich das mache, sage ich, ich möchte hier gerne eine neue Variable Path generieren. Diese entscheide ich mit document.createElementNS. Auch hier definiere ich mir, was ich eigentlich generieren möchte, in unserem Fall ein Path-Element. Diesem Path-Element füge ich jetzt als erstes mein D-Element, also meinen eigentlichen Path hinzu, und anschließend sage ich, ich möchte, dass der nicht gefüllt wird. Ich möchte dem eine Stroke hinzufügen, außerdem eine Stroke with, und ich möchte gerne, dass unsere einzelnen Elemente unserer gestrichelten Linie in diesem Fall round sind. Außerdem möchte ich natürlich die Enden unserer Linie rund zeichnen, und am Ende möchte ich ein Dash Array einfügen, der sagt, wie unsere gepunktete Linie eigentlich aussieht. Wenn ihr keine gepunktete Linie zeichnen wollt, könnt ihr diese drei Elemente auch einfach weglassen. Grundsätzlich, wenn wir das gemacht haben, füge ich einfach meinem SVG unser Child Path hinzu, und in dem Moment, wenn ich das abspeichere, wird genau gar nichts passieren, weil unser D-Element, also unser Path, noch leer ist und damit auch nicht wirklich funktioniert, und weil wir hier oben vor allem das Ganze noch nicht aufrufen. In dem Moment, wenn ich das jetzt getan habe und abspeichere, und wir uns das Ganze mal hier angucken, sehen wir, dass hier rein gar nichts passiert ist. Wenn ich jetzt hier reingehe, sehe ich weiterhin mein SVG-Element, und ich sehe hier, dass ich ein Path-Element erzeugt habe, allerdings, wir sehen, noch nicht wirklich irgendetwas, was man angucken könnte. Um so einen Path zu generieren, müssen wir gar nicht viel verstehen. Grundsätzlich erzeuge ich mir hierfür als erstes eine neue Loop, wo ich durch einzelne SVG-Targets durchgehe. Jedes unserer Targets, da ziehe ich mir genau wie bei unseren Punkten die XY und die Höhe raus, und außerdem mache ich hier ziemlich ähnlich, ich definiere mir XY-Positionen, bei unserer X-Position füge ich einfach nur die Window.Scroll.X-Position hinzu, und abschließend unser Padding, und hier ganz am Ende füge ich bei unserer Y-Position ebenfalls die Window.Scroll.Y-Position hinzu, sowie natürlich die Höhe unseres Elementes durch 2. Also exakt dasselbe, was wir auch bei unserem Dot gemacht haben. Und sage, wenn unser Index 0 ist, also wir das erste Element haben, was überhaupt in dieser Schleife durchläuft, dann möchte ich gerne unserem Pass ein M addieren. In dem Moment füge ich also M ein und brauche jetzt eine X- und Y-Position für den Startpunkt unseres eigentlichen Passes. Das mache ich einfach so, indem ich X-Pos und Y-Pos definiere, und für jeden anderen Fall füge ich jetzt ein L hinzu. Also ich möchte eine Linie zeichnen zu einem neuen Punkt in unserem SVG. Und auch hier füge ich dann einfach wieder X und Y ein. In dem Moment, wenn ich das Ganze jetzt abspeichere, und wir uns das Ganze mal ansehen, würden wir schon ein Pass sehen. Allerdings haben wir zweimal einen statischen Wert für unser Padding verwendet, nämlich hier oben die 30. Und das addieren wir jetzt weg durch Padding, ändern das natürlich auch hier unten in unserem Create SVG Pass Dot Element und fügen dann anschließend Padding hier oben einfach nur noch ein. Wenn ich jetzt unseren Browser öffne, sehen wir hier eine gepunktete Linie, die alle unsere SVG Target Elemente miteinander verbindet, allerdings noch ohne irgendwelchen Content einfach da durchläuft und wir auch noch keinen Scroll-Effekt haben. Und den sollten wir jetzt als erstes mal dazu bauen. Dafür brauchen wir natürlich erstmal eine zweite Linie. Das machen wir, indem wir zweimal Create Pass aufrufen. Außerdem soll unsere animierte Linie ja weiß sein. Deswegen sage ich jetzt, okay, wir haben hier, wenn white, dann wollen wir, dass weiß angezeigt wird, ansonsten unser Grauton. Das Ganze übergeben wir einfach hier als Parameter an die Funktion und können jetzt hier oben True setzen, somit unser zweiter Pass hier weiß generiert wird. Das Ganze können wir so nicht wirklich verwenden, weil wir haben jetzt zwar zwei Pass-Elemente generiert, allerdings können wir hier noch nicht wirklich was animieren. Dafür nehmen wir jetzt eine neue Funktion, nämlich Animate Pass, wo wir unsere neue Linie als Input-Parameter verwenden. Diese Funktion müssen wir jetzt natürlich erstmal aufrufen und hier haben wir als Input-Parameter unseren Pass. Hier brauchen wir jetzt die absolute Länge, um jetzt unseren Dash Offset und Dash Array zu definieren. Also sagen wir Const Length und ziehen uns aus unserem Pass mit der Funktion GetTotalLength einfach die komplette Länge raus. Das Ganze können wir jetzt setzen als Stroke-Array und Stroke-Offset. Wenn wir uns das Ganze im Browser jetzt einmal ansehen, sehen wir, dass wir zwei Pass-Elemente haben. Einer ist weiß, einer ist nicht weiß, aber wir sehen den weißen noch nicht wirklich, weil unser Stroke-Array und unser Stroke-Offset genauso lang ist wie unser eigentlicher Pass, also er ist nicht sichtbar. Das bedeutet jetzt allerdings, dass wir von unserer Length etwas abziehen müssen, um den eigentlichen sichtbaren Pass zu generieren. Hierfür brauchen wir jetzt ein Event-Listener, nämlich wenn ein Scroll-Event auftritt, in dem Moment wollen wir etwas definieren. In unserem Fall wollen wir dazu als erstes unsere Scroll-Position von der oberen Browser-Kante definieren, da wir aber später von unserem, nicht nur unserem Body, sondern auch unserem Document die obere Browser-Scroll-Position erhalten wollen, ziehen wir jetzt hier einen zusätzlichen Namen hinzu, also Body-Scroll-Top. Das Ganze brauchen wir, wie gerade schon gesagt, auch aus unserem Document und sagen jetzt hier die Client-Höhe, sowie halt die Scroll-Höhe und natürlich Scroll-Top. Wollen wir erhalten, um jetzt unsere eigentliche Höhe zu berechnen. Unsere eigentliche Höhe ist dabei einfach nur die Scroll-Höhe, minus die eigentliche Client-Höhe, die unser aktuelles Browser-Fenster besitzt. Außerdem wollen wir unsere Top-Position definieren und dazu nehmen wir unsere Body-Scroll-Top-Position, sowie die eigentliche Scroll-Top-Geschichte, die in unserem Fall aus unserem Document-Element kommt. Wenn wir das Ganze gemacht haben, können wir jetzt unseren Scroll-Percent berechnen und das ist einfach Top durch die Höhe. Und in dem Moment haben wir jetzt unsere Scroll-Progression, die wir definiert haben und können jetzt sagen, unsere Progression ist unsere Länge mal unsere Scroll-Percent, also wie viel haben wir gescrollt. Und in dem Moment können wir das Ganze jetzt hinzuaddieren, unserem Pass.Style.DashOffset. Hier definieren wir jetzt einfach unsere Länge, minus unsere Progression und wenn ich das Ganze jetzt abspeichere und wir das im Browser öffnen und ich jetzt beginne hier zu scrollen, sehen wir eine animierte Linie, die unserem Scroll-Fortschritt folgt und ganz am Ende unser Ziel erreicht, in dem Moment, wenn wir ganz unten angekommen sind. Damit haben wir den einfachen Pass unseres Tutorials geschafft und jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir denn diese schönen Kurven hinbekommen, die wir zu Beginn des Videos ja schon einmal gesehen haben. Kurvige Linien mit SVGs zu zeichnen ist aber erschreckend einfach. Ihr habt hier zwei Punkte, diese Punkte teilen wir jetzt genau in der Hälfte. Das bedeutet, wir suchen uns die Distanz und machen genau in der Mitte diese wunderbare Linie. Damit haben wir eine wirkliche Mitte unserer beiden Punkte und können jetzt damit beginnen, die Kurve zu zeichnen, beziehungsweise unsere Kurve in insgesamt vier unterschiedliche Punkte einzuteilen. Wir haben dabei eine Distanz, die wir frei wählen können. Ich nenne es jetzt einfach mal Round, weil auch die Variable gleich im Code so heißen wird. Das ist einfach unsere Distanz von den vier Punkten, nämlich von unserem Kreis zu unserem ersten Punkt, dann von unserem ersten Punkt zum zweiten Punkt, vom dritten zu unserem vierten und vom vierten zu unserem Ziel quasi. Das bedeutet, wir können jetzt unsere erste Linie zeichnen, zeichnen dann eine zweite Linie, eine dritte Linie, eine vierte Linie und am Ende zum Ziel. Das bedeutet, unsere Kurve besteht eigentlich nicht aus einer Linie, sondern aus mehreren Punkten, die gemeinsam eine Linie ergeben. Was wir jetzt machen können, ist diese Linie nehmen und Punkt zwei und Punkt vier ersetzen durch Kurven. Im Prinzip brauchen wir also nur zwei Händler, die unsere Kurve erstellen, um hier einfach, wie ihr seht, diese beiden Händler zu erzeugen mit zwei zusätzlichen Ankerpunkten, die wir einfach benutzen können, um eine runde Kurve zu zeichnen. Das klingt gar nicht so schwer und auch im Code ist das erschreckend einfach, deswegen starten wir damit jetzt. Als erstes müssen wir ja wissen, ob wir jetzt eine horizontale oder eine vertikale Linie erzeugen. Um das zu generieren, erstelle ich mir jetzt zwei neue Variablen, nämlich hier oben einmal PreviousX und PreviousY. Das Ganze setzen wir am Ende unserer Funktion, nämlich hier unten einfach PreviousX ist unsere Position X und natürlich PreviousY ist unsere aktuelle Y-Position. immer, wenn wir einmal durch unsere Schleife durchgelaufen sind. Das nächste, was wir machen ist, wir haben hier unsere IF-ELTS, wo wir sagen, ist es ein Startpunkt, dann zeichne bitte einfach ein M. Wenn es nicht der Startpunkt ist, dann zeichne uns bitte einfach eine Linie zum nächsten Punkt. Das müssen wir jetzt erweitern. Und zwar sagen wir hier, wenn unser YX ungleich unser aktuelles X ist, dann haben wir im Prinzip nicht einfach den Fall, dass wir eine gerade Linie brauchen. In dem Fall, wenn aber X gleich ist, also unser PreviousX gleich unser aktuelles X ist, dann wissen wir, wir können einfach eine gerade Linie nach unten zeichnen. In dem Moment kann ich also unser Skript hier unten beibehalten. Was wir jetzt brauchen, ist hier drin eine weitere Variable, nämlich einmal, wie rund unser Pass sein soll. Hier könnt ihr zum Beispiel später erweitern, wenn ihr rundere Ecken haben wollt oder weniger runde Ecken. Außerdem brauchen wir zusätzlich eine Mitte, nämlich zwischen unseren einzelnen Elementen, sofern nämlich unser X und X Previous und aktuelles X nicht gleich ist, wollen wir eine Mitte zwischen diesen Elementen zeichnen und dafür brauchen wir unsere Y-Position sowie unsere Previous Y-Position. Damit haben wir unsere Mit-Y-Position und können jetzt sagen, das Ganze teilen wir durch zwei, damit wir ganz genau die Mitte haben. Damit wissen wir, ob wenn wir zum Beispiel zwischen zwei Containern sind, wo genau unsere Mittellinie später sein soll. In unserem Fall sage ich jetzt also, wenn unsere X-Position kleiner unsere Previous-X-Position ist, dann wollen wir eine Linie nach rechts beziehungsweise nach links zeichnen. Das bedeutet, hier oben sage ich jetzt, ich möchte unsere Linie erweitern mit einer X- und Y-Position aus Previous X und mit Y minus Round und zeichne jetzt wie in unserem Beispiel gerade drei weitere Punkte, die unsere drei Kurven beziehungsweise unsere vier Punkte beschreiben, um unseren Pass zu definieren. Wenn ich das Ganze jetzt abspeichere, und dann sehe ich nämlich sowas hier. Wir haben jetzt hier unseren ersten Punkt, hier unten unseren zweiten Punkt, gehen dann rüber, haben hier unseren dritten Punkt und zeichnen den wieder schräg runter und haben hier unseren vierten Punkt. Und das sind genau die vier Variablen, die ich gerade eben versucht habe zu beschreiben. Jetzt müssen wir das Ganze natürlich noch verbessern in dem Moment, wenn wir nicht so runtergehen wollen, sondern wenn wir in die andere Richtung möchten, also wenn unsere X-Position hier und hier nicht übereinstimmt. Das Schöne ist allerdings, das Ganze ist einfach nur spiegelverkehrt. Wie ihr seht, haben wir hier nicht groß was verändert, bis auf, dass wir hier zwei unterschiedliche Vorzeichen verwendet haben. Und wenn ich das Ganze jetzt abspeichere, wird auch diese Stelle im Code korrekt angezeigt. Wir haben also jetzt das Ganze spiegelverkehrt ebenfalls richtig gemacht. Aber jetzt kommt das eigentlich Interessante, weil so eine einfache gerade Linie hier so schräg reinzeichnen kann ja jeder. Aber jetzt kommt das, was ihr damals in Mathe wahrscheinlich verdrängt habt, was jetzt aber interessant wird, nämlich BZ-Kurven. Das Ganze ist relativ simpel und das gucken wir uns jetzt im Code einmal an. Dazu definieren wir uns jetzt hier eine Kurve. Diese Kurve wird ebenfalls aus X und Y sowie einem zusätzlichen Wert beschrieben. Also sagen wir auch hier Previous X mit Y, also für unseren X- und Y-Wert, addieren uns jetzt auch wieder unseren X- und Y-Wert hinzu, allerdings halt für die Kurve, die wir definieren wollen. Darum sage ich Previous X minus Round, also wie stark unsere Kurve ist, in unserem Fall 120 und dann mit Y für die Y-Position. Wenn ich das Ganze jetzt abspeichere und wir uns das mal im Code ansehen, sehen wir jetzt, dass hier diese Position wunderbar eine Kurve bildet und wir können jetzt hier über zum Beispiel 150, wie groß diese Kurve ist, wie stark dieser Pfad gekrümmt sein soll, wunderbar modifizieren. Das können wir also kleiner machen oder größer. Jetzt müssen wir das Ganze natürlich nur noch für diesen Punkt übernehmen. Das ist in unserem Fall dieser Punkt hier hinten. Das bedeutet, ich nehme diese Zeile und ersetze diese Zeile einfach durch exakt denselben Wert, nur dass ich hier unsere X-Position übernehme und hier unsere mit Y plus unseren Round nehme. Das Ganze können wir jetzt natürlich 1 zu 1 übernehmen und hier unten nur spiegelverkehrt einsetzen. Also auch hier machen wir Previous X mit Y, allerdings hier machen wir nicht Minus, sondern Plus Round. Und natürlich auch unsere letzte Position hier unten wird ersetzt durch eine letzte Funktion. Das Ganze gucken wir uns jetzt mal im Browser an und wir sehen, auch hier unten ist das Ganze jetzt korrekt. So habe ich eine wunderbare Linie gezeichnet, die, wenn ich das Ganze jetzt benutze, sich immer generisch aufbaut, egal wie viele Unterpunkte ihr habt oder wo diese Unterpunkte positioniert sind. Ihr habt eine wunderbare Linie. Damit sind wir auch schon am Ende dieses Videos angekommen. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst auf jeden Fall einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video und als kleiner Disclaimer am Ende. Natürlich ist das Ganze nicht 100% fehlerfrei. Das bedeutet, wenn ich hier zum Beispiel ein Padding vergebe bei jedem ersten H4-Element und ich unser Skript neu lade, wir komische Artefakte bekommen, wie ihr hier seht. Das hat damit zu tun, dass hier in unserem Fall unser Skript natürlich einen Fehler aufruft und man noch deutlich mehr Arbeit investieren müsste, um auch diese Edge Cases abzudecken. Das Ganze ist natürlich im Rahmen eines kleinen Tutorials nicht möglich, aber wenn ihr dazu Lust habt, schreibt das doch mal in die Kommentare, dann können wir dieses Skript auch gerne mal erweitern und als richtiges Package, zum Beispiel in Angular, Vue oder React, in NPM veröffentlichen. Ansonsten bis nächste Woche und viel Spaß. Bis dahin. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020